Entschuldigen Sie mich, ich suche die nächste Bank. Die nächste ist in der Ankara Straße. Können Sie den einfachsten Weg, um dorthin zu gehen? Es ist sehr leicht zu Fuß und nicht weit. Sehen Sie die Straßenkreuzung? Gehen Sie 400 Meter und dann biegen Sie nach links ab, dann laufen Sie bis zum Kreisverkehr weiter. Und nach dem Kreisverkehr? Also, Sie laufen durch den Park. Die Bank befindet sich zwei Häuserblocks weiter links. Das dürfte etwa 10 Minuten in Anspruch nehmen, bei Norm aller Laufgeschwindigkeit. Vielen Dank, einen schönen Tag noch. Bitte.